Bin ich einfach, ähm, aus dem Puzzle raus? Oh, bitte. Es hätte mich sonst so dermassen angekackt. Mhm, das kennen wir. Laden. Den Sound überspringe ich. Laden. Dann den Laden. Zugriff verweigert. So, den Blitz. Ähm, ne. Kodrat ausrichten. Äh, das auf die drei, ne. Das auf die fünf, das auf die eins. Das würde ja nicht passen. Durch einen elektrischen Blitz können Regierungen stürzen. Nochmals irgendwas. Lux. Irgendwas mit Blitz... Iran... Das ist das einzige mit einem Blitz... Passcode eingeben... Also wenn... Das zum Beispiel eine 3 ist... Dann wäre die 7... Was macht denn da für einen Sinn? Eigentlich nicht... Also ich probiere jetzt einfach mal was... Das... Und die 9 wäre... Das geht nicht... Wenn ich... 5... Dann wären die 3 nicht... Die 1... Wäre die 7 nicht... Dann 3... Dann wären wieder die 7 nicht... Es stimmt nicht... Es stimmt von A bis Z... Entweder habe ich die 7 nicht... Die 9 nicht... Oder die 3 nicht... Es gibt kein Zeichen, dass... Das mir sagt... Okay... Was ist was... 5... Dann wäre die 7... Dann wäre die 7... Das... Wenn ich jetzt die 5 auf das ausrichte... Dann wäre die 3... Dann wäre die 3... Dann wäre die 7 unbekannt... Dann wäre die 7... Dann wäre die 7... Dann wäre die 8... Dann wäre die 9... Dann wäre die 8... Wenn ich das auf die 3... Dann wäre die 7 das... 1, 2, 3... Die 5... Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ich dachte mir so, vielleicht kann ich das aufschlüsseln. Vielleicht ist das nächste Symbol im Muster kein Nachbar des vorherigen. Kein Nachbar des vorherigen. Vielleicht ist das nächste Symbol im Muster kein Nachbar des vorherigen. Also wenn die 5 das... Kein Symbol des Nachbarn. Also das würde heissen, die 3 dürfte... Es gibt ja unglaublich viele. 3, 4, 5, 6, 7... Das wäre jetzt die 2. Und das... wäre aber die 9. Könnte zum Beispiel das sein. Wenn ich jetzt... Den auf die 1 mache, dann ist 7... Könnte das sein. Und wenn ich die wieder auf die 2 mache, dann ist das... vielleicht ist das nächste Symbol im Muster kein Nachbar des vorherigen. Kein Nachbar des vorherigen. Also wenn wir jetzt annehmen, 3, 7... Dann wäre 6 unbekannt und das hier würde ausgeschlossen. Das wäre ausgeschlossen. Das wäre auch ausgeschlossen. Nicht, nicht, nichts. Dann wären wir hier, dann wären wir da. Dann wären wir beim 7, dann wären wir... Schieß mich tot. Das gibt's nicht. Ist nicht das vom Nachbarn. Wenn ich das mit dem S probiere, dann auf die 1, 2, 4 wären die 3 Striche. Aber die 3 Striche wären ja Nachbar. Aber ich versuch's dennoch mal. Nein. Korrekte Koordinat... ...gefunden. Vielleicht ist das nächste Symbol im Muster kein Nachbar des vorherigen. Das vorherige... Wenn ich jetzt... Dann wären die Nachbarn... Eben, es würde ja... Es macht wenig Sinn... Das würde ja... Gehen. 5, 3... Kein Nachbar-Symbol des vorherigen... Erwähnt... Jetzt bin ich wieder hier drauf. Ähm... Ja. Ja. Jetzt... Bin ich zu weit... Und wenn ich jetzt... Dann wäre doch das... Äh... 5... Bei der... 7 wäre wieder... Das... Als Nachbar... Und wenn ich die 2 mache... Jetzt bin ich schon wieder zu weit... Wäre das... Nee. Kein Nachbar... Vielleicht ist das nächste Symbol im Muster kein Nachbar des vorherigen. Kein Nachbar des vorherigen... Wenn ich jetzt... Ich drehe einfach nochmals... Warte mal... 5... Äh... Ah... 1... 7... Wäre ja... richtig... 2... 3... 2... 3... Da geht's nicht auf... 3... 4... 5... 5... 5... 8... 7... 7... geht. Dann ist die Frage, was ist vorhin gewesen? Das macht doch keinen Sinn. Vielleicht ist das nächste Symbol im Muster kein Nachbar des Vorherigen. Das Vorherigen. Stimmt, ich habe jetzt nach dem Vorherigen Prinzip gemacht. Wenn der zukünftige... Fünf, drei... Dann... Eins, sieben... Neun... Das wäre jetzt alles der zukünftige, also der, der in der Folge danach kommt. Vielleicht ist das nächste Symbol im Muster kein Nachbar des Vorherigen. Das auf das, ob er das macht... Ich brauche einen Hinweis. Weil... Ich... Ich komme so... Gerade... Nicht auf die Lösung. Ähm... Assassin's Creed... Ähm... Cluster... Fünf... Code... Ja... Akzept... Das ist mir klar. Also... Soweit ich das sehe... Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt... Den mal auf die 3 mache... Dann würde... Also... Da hätte es am Anfang gestommen. Also so kann ich es übertragen. Fünf... Fünf... Äh... Wäre ja... Das mit dem... X-Symbol... Aber wie kam er da rauf? Kein Nachbar des Vorherigen. Zwei... Drei... Also... Es sollte das sein. Aber wie kommt man da rauf? Ist die Frage. Wie kommt man da rauf? Wie kommt man da rauf? Und dann... Wenn ich hier... Zu dem gehe... Dann wäre es... Sieben... Wäre... Das... Ja... Jetzt bin ich zu weit... Wäre... Das... Wie... Kommt man... Auf die Lösung? Das ist die Frage... Fünf... Und neun... Weil... Ich sehe... Keinen... Logischen... Grund... Gibt es hier... Noch eine Erklärung? In der Lösung? Weil ich habe jetzt nur das... Bild davon... Ich muss mal kurz... Aber... Die Code-Wheel... Und die Key... In der... Upper-Left-Korne... In der... Ja... Das stimmt ja... Waren wir mal... Zum Bild zurück... Drei... Fünf... Eins... Zwei... Drei... Fünf... Eins... Zwei... Das ist... Der obere Code... Da es auf... Keinem der Bilder... Regnet... Würde ich nach einem... Stilisierten Blitz suchen... Das ist einfach... Das hier oben... Aber wie kommt man auf... Den Code mit dem Rad... Weil sieben und neun... Das ist klar... Aber drei und sieben... Und du hast als Hinweis... Das nächste Symbol im Muster... Kein Nachbar des Vorherigen... Wie? Da... Die Erklärung möchte ich... Weil... Du... Du kannst es nicht... Nach irgendwas entschlüssen... Weil du so viele mehr Symbole hast... Wo du... Wo du nicht weisst... Wo was ist... Und ich habe einfach hier... Äh... Wirklich einfach die... Direkt... Äh... Lösung auf dem Bild... Aber das... Rätsel... Wie man auf... Die Vierstriche... Und die Box... Ohne das kommt... Das... Verstehe ich nicht... Und das ist etwas... Was... Was ich gerne... Verstehen würde... Also wenn... Von euch jemand... Diese Logik... Begriffen hat... Gerne... Einen ausführlichen Kommentar... Schreiben... Das würde mir... Sehr helfen... Weil... Ich schaue mir das an... Versuche im Kopf jetzt... So ein wenig... Äh... Rumzudockern... Wie könnte man das drehen... Rechnen... Aber ich... Ich sehe das... Einfach... Halt... Nicht... Weil wenn ich... Hier auf 1 gehe... Dann bräuchte ich die 7... Dann habe ich... Äh... Das... Wellensymbol... Und... Wenn es heisst... Keines der... Das wäre das nächste... Ja... Es... Es macht für mich keinen Sinn... Laden... Betreff Südamerika... Wenn wir den Erfolg der Firma sicherstellen wollen... Müssen sich Agenten der Firma frei von Land zu Land bewegen... Und jedem Land ihre Macht behalten können... Eine globale internationale Ordnung muss eingeführt werden... Äh... Ich würde gerne noch runter... Antwort Argentinien... Sagen sie den Kapitalisten... Wenn sie der Junta helfen... An der Macht zu bleiben... Vertrauen wir ihre Firmenschulden auf das argentinische Volk... So werden sie jeden Volksaufstand niederschlagen... Wenn wir etwas erreichen wollen... Müssen die Gewerkschaften zerschlagen werden... Antwort Chile... Der freie Markt muss sich durchsetzen... EFs Besuch letztes Jahr hat dabei geholfen... Aber jetzt müssen alle öffentlichen Firmen an den privaten Sektor verkauft werden... Möglichst billig... Der Preis für Brot und Grundnahrungsmittel muss steigen... Ich will, dass das Volk weiter in Armut lebt und sich nicht widersetzen kann... Alle Spuren dieses Plans sollten scheinbar auf die US-Regierung zurückführen... Die Einmischung der Firma muss geheim bleiben... Für erfolgreiche Beispiele einer ähnlichen Öffnung der Märkte... Brauchen sie sich nur die Befreiung des Iran von 1953... Und die Befreiung Guatemalas von 1954 anzusehen... Okay... Laden... Quarantänezone... Löhne sollten verringert werden, damit die Mittelklasse unserer Untertanen bleibt... Dem fairen und freien Wettbewerb des Marktes unterliegen... Und sollten nicht durch Einheimische einer vom Volk gewählten Regierung der Legislative kontrolliert werden... Löhne... 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 Quarantäne aufgehoben... Löhne... 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 Okay... Jetzt haben wir das Puzzle gelöst... Aber das Rätsel... Ganz ehrlich... Das Code-Rätsel... Da wäre ich wirklich froh um eine komplette Aufklärung... Weil ich habe das nicht begriffen... Und zwar, tut mir leid, aber ich erkenne komplett kein Muster. Und das ist etwas, was mich richtig, richtig nervt. Weil, wenn ich Rätsel lösen möchte, wenn das heisst, ist kein Muster vom Vorherigen, das ist nichtssagend. Also in dem Bezug, es hat mir noch den letzten Schubs gefehlt von VAS, das letzte Muster von VAS. Das vom Nachbar hat ja irgendwie nicht funktioniert. Und das vom Vorherigen und vom Zukünftigen hat auch nicht funktioniert. Also, an VAS ist es bei mir gescheitert, dass ich fehle, yep, abs verstanden, yep, passt. Jetzt bin ich komplett in die falsche Richtung gegangen, ich depp. Okay, ich möchte kurz zur Bank.